Hallo Leute und herzlich willkommen zu Auf Schnelle Welle Traumwappen des Arschpekts holen bei Vaskan in dem Sfaktum den Traum hier im Zentrallager. Die gute Vaskan, ihr kennt sie. Habe ich auch ein Video schon dazu gemacht mit einem Profitrick und so. Und in diesem Video seht ihr mal, wie das Ganze grob aussieht. Jetzt macht man hier einfach Rechtsklick drauf. Zack, kostet 90 Traumwappen des Wurms für 15 Traumwappen des Arschpekts. Wunderbar mitgenommen und abkassiert geöffnet, weil, ja, ich habe diese Woche noch nicht das Cap vom Traumwappen des Arschpekts. Dementsprechend kann man sich das hier gönnen. Problem ist nur, jetzt ist Traumwappen des Wurms auf dem Season Maximum Cap schon wieder angekommen und ich kann leider nicht zum Beispiel jetzt hier hochtauschen. Weil guck mal, theoretisch könnte ich ja mich nach oben tauschen bis zu den Arschpekten. Das Problem ist halt, die Würmer, die sind hier gecappt. Und das finde ich eine absolute Frechheit vom Blizzard, dass das hier immer noch gecappt ist. Sonst könnte man das mal richtig schön vernünftig ausnutzen. Machst du einfach den hier, zack, öffnest dann das. So tauscht du dich immer weiter nach oben. Geht nur leider nicht, weil das ist hier rot. Da steht einfach, ihr könnt gerade keine 15 Traumwappen des Wurms verdienen. Was soll denn das, Blizzard? Das Race to World First ist doch vorbei. Mach jetzt das Cap weg, damit ich mich hier einfach hochtauschen kann. Und somit kann man dann richtig geil schummeln, theoretisch gesehen, so dass man nicht immer M plus laufen muss für die Traumwappen des Arschpekts, sondern direkt dann am Mittwoch sich quasi hoch traden kann mit den Traumwappen des Drachen into Traumwappen des Wurms, Traumwappen des Welpen into Drachen, dann Drachen into Würmer und dann Würmer into die Arschpekte. Aber das Problem ist halt, das ist einfach Schmutz hier, weil die einfach hier wieder rote Sachen hingemacht haben. Das Cap hier nervt von diesen Traumwappen des Wurms. Gecappt und dann ist es hier ausgekraut, ausgerotet sozusagen, wenn das ein Wort ist, und dann kann man hier nicht schummeln. Das ist einfach Schmutz. Da fragt man sich wieder, was ist falsch gelaufen bei Blizzard. Keine Ahnung, aber ja, schade, ne? Immerhin, man kann sich zumindest einmal pro Woche am Mittwoch direkt 15 Traumwappen des Arschpekts holen. Ah, scheiß drauf, das soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Ja, wenn es euch gefallen oder wirfen, halt trotzdem noch gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich dann nicht, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.